Die Erklärung sicherer Herkunftsländer ist ein ganz hervorragendes Mittel, um die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Wir haben es gesehen bei den Staaten des westlichen Balkans, dass die Zugangszahlen quasi auf null zurückgegangen sind, weil jeder weiß, der aus einem sicheren Herkunftsland kommt, dass der Weg zurück ganz schnell beginnt und damit jeder Cent für Schlepper unnütz ausgegeben wurde, dass die Grünen sich vor Landtagswahlen vor so einer Entscheidung drücken, zeigt, dass sie tatsächlich nicht die notwendige Verantwortung haben in dem Bereich Mix aus nationalen und europäischen Maßnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017